Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Thrones and Liberty. Ich wurde ein paar mal gefragt, ey Lu, mach doch mal bitte noch ein Update-Video zu deinem Bild. Das bedeutet, das Video baut ganz stark darauf auf, was ich euch das letzte Mal erzählt habe. Das heißt, ich werde euch heute nicht erzählen, wie ihr den Bild spielt, sondern eher, wie ihr den am einfachsten gut ausstattet und gut baut. Das heißt, schaut euch auf jeden Fall nochmal das erste Video an, wo ich euch erkläre, wie der Bild funktioniert und worauf es ankommt. Und heute geht es darum, wo ihr die besten Items bekommt, beziehungsweise wo ihr die am einfachsten zu erhaltenen besten Items bekommt. Weil die besten Items sind natürlich die Sachen, die super, super selten sind. Ich glaube, das macht nicht so viel Sinn, euch zu sagen, ja, holt euch einfach das Mutter-Natur-Sets hier bei irgendwelchen Welten-Bossen. Das ist schon ganz gut. Hier zum Beispiel bei Minutesirock gibt es da den Helm. Macht einfach mal den Boss und versucht diese 0,1% Chance zu erhalten beim Welten-Boss, um hier das Mutter-Natur-Set ordentlich aufzubekommen. Das ist natürlich das beste im Slot, aber ich gehe nicht davon aus, dass ihr das bekommen werdet. Deswegen werde ich euch zeigen, wie ich den gebaut habe und wie es relativ einfach ist, den selber zu farmen, auch wenn ihr Solo unterwegs seid. Also ich würde erst mal sagen, fangen wir an mit der Waffenbeherrschung. Das wurde ich nämlich öfters mal gefragt und das ist ehrlich gesagt nicht so relevant, aber ich reiche es hier gerne nochmal nach, ich nehme einfach das, was für euch am besten sich anhört und ich habe einfach hier bei dem Stab das obere genommen, weil ich hier am Ende die Abklingzeit haben wollte und Chance auf starken Angriff habe ich nicht so gejuckt und auch Fertigkeitsbonus-Chance habe ich nicht so gejuckt. Deswegen habe ich das obere genommen und ihr könnt eh nur 16 Level haben, so wie ich das mitbekommen habe. Und jetzt als nächstes bin ich hier unten hingegangen, beziehungsweise habe ich mir hier die Mana-Regeneration genommen, würde aber wahrscheinlich als nächstes hier nochmal auf Attack-Speed gehen, die beiden. Das ist also wirklich nicht so spannend. Nehmt einfach das, was für euren Spielstil am besten funktioniert. Und beim Stab habe ich hier den mittleren genommen, weil es da halt auch am Ende nochmal Abklingzeit gibt und hier habe ich Nahkampfverteilung genommen. Man könnte hier aber als nächstes dann auch Mana-Regeneration nehmen und dann mal gucken, wo ich die nächsten 6 Level hinmache. Hier gibt es auch nochmal Mana-Regeneration. Also das ist wirklich nicht allzu wichtig. Ich fand es halt cool, dass es hier nochmal Abklingzeit jeweils gab mit 5%. Deswegen habe ich die beiden strenger genommen. Wenn ihr mal, ja, dem Bild maximal gut habt, dann würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, hier Weisheit auf 50 zu machen, um nochmal 5 Abklingzeit zu bekommen. Das könnte ich vermutlich aktuell auch schon machen. Leider werden da aktuell ein bisschen was falsch berechnet. Aber solltet ihr im Hinterkopf behalten. Wenn ihr die Möglichkeit mit eurem Bild habt, dann solltet ihr auf 50 Weisheit gehen. Es kommen ja auch bald 5 weitere Level. Dann könnt ihr hier auch mal ein bisschen was reinmachen. Und den Rest habe ich einfach ausgelegt. Hier habe ich mir versucht, 30 Stärke zu holen. Hier könnte ich 7 Level wegpacken zum Beispiel. Und hier wollte ich eigentlich nur die 30 Level haben für den Zusatzschaden. Aber bin ich ja durch die Ausrüstung 21 Level. Man könnte Geschicklichkeit auch komplett rausnehmen und auch in Weisheit packen. Aber ich habe das versucht, so ein bisschen auszugleichen, weil ab Level 30 ja ein Level 2 Level kostet. Deswegen gehe ich hier auf einen Allrounder. Also mache überall ein bisschen was. Anstatt alles extrem nur auf Weisheit zu hauen. Was meiner Meinung nach dann auch ab Level 60 dann auch nicht mehr so viel bringt. Deswegen schaue ich lieber, dass ich überall die 30er bzw. 40er Marke mitnehme. Und damit fährt man eigentlich ganz gut. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal auf die Items ein, die ich spiele. Und ihr seht schon, der Lou hat hier 3 Sachen, die blau sind. Bei 2 Sachen ist das bewusst so gewählt. Und hier beim Gürtel leider, weil ich noch keinen besseren habe. Bei dem Halsreif, da habe ich gleich noch was zu sagen. Aber die Handschuhe, das können wir direkt mal abfrühstücken. Das sind so die am einfachsten zu erhaltenen und besten Handschuhe, die ihr aktuell euch holen könnt. Und das auch noch bildübergreifend. Der gibt, kriegt ihr über 6% Attack Speed und dann nochmal 6% Attack Speed. Nur diese Handschuhe geben euch über 12% Attack Speed. Und die sind auch noch unfassbar einfach zu handen. Die könnt ihr nämlich einfach auf der Insel Saurudoma handen. Da geht ihr einfach hin mit euren Abgrundmarken, killt dort Gegner und könnt die dort bekommen. Und wenn ihr mal wissen wollt, wer was droppt, dann könnt ihr einfach mal auf der Karte links das Menü aufmachen. Und dann einfach mal hier runter scrollen. Ihr geht auf Insel Saurudoma. Und dann seht ihr hier bei Monsterinformationen, wer was fallen lässt. Da gibt es einmal den Rettilenschlechter, das ist der Boss. Und dann könnt ihr genau sehen, wer was fallen lässt. Und so könnt ihr dann einfach mal alle durchgehen und schauen, wer was fallen lässt. Und auch wer diese Handschuhe fallen lässt. Weil das lässt glaube ich eigentlich jeder fallen. Aber so könnt ihr einfach mal selber durchschauen, wer was euch gibt. Und dementsprechend dann auch schauen, welchen Gegner ihr vielleicht besiegt und welchen nicht. Die Chance wird irgendwo bei 1% oder unter 1% liegen. Deswegen seid nicht sauer, wenn das nicht sofort auf Anni funktioniert. Aber gerade die blauen Sachen, die droppen eigentlich ganz gut. Das heißt, den Helm, den ich spiele, und auch die Handschuhe, die ich spiele, die könnt ihr relativ easy bekommen. Denn auch den Helm, den ich spiele, habe ich von dort. Und der gibt euch einmal wieder Uplink-Tempo und Mana-Regulation und Max-Mana. Also auch wieder 3 Sachen, die sehr gut sind hier für den Magier-Bild. Theoretisch könntet ihr auch noch ein Set spielen. Würde ich aber jetzt nicht sagen, weil Schadensverlängerung finde ich jetzt nicht ganz so spannend. Und alles weitere findet ihr tatsächlich bei Koop-Dungeons oder Bossen. Bossen ist natürlich schwierig, wenn ihr keine Gilde habt. Dann habt ihr nur die Weltbosse und da findet ihr sowieso nie irgendwas. Deswegen sucht euch unbedingt eine Gilde, die jede Woche die 7 Gildenbosse beschwört. So wie wir das auch machen. Wenn ihr noch eine Gilde sucht und auf Geist seid, dann kommt gerne zu uns. Wir haben immer wieder ein Plätzchen frei und machen jeden Sonntag die Gildenbosse. Weil gerade bei den Gildenbossen habt ihr A, die höchste Wahrscheinlichkeit, ein Item zu bekommen. Und hier gibt es auch teilweise Best-in-Slot-Items. Zum Beispiel, nur als Beispiel für mein Bild jetzt, Aridus, der lässt hier diesen Stab fallen. Der gibt euch 7 Weisheit und einen coolen Effekt. Das wäre also eine der Stäbe, die man auf jeden Fall sehr gut spielen kann. Was ich aktuell spiele, was ich auch besser finde, ist aus dem Koop-Dungeon bei dem Tyrannen, den 2-Black-Stab. Der ist viel wahrscheinlicher zu bekommen. 5%, das kann man echt gut hinkriegen. Habe ich schon zweimal bekommen. Und den könnt ihr ja 3-mal am Tag herausfordern. Und der gibt euch auch Abklingzeit und auch Geschicklichkeit. Und hat auch einen coolen Effekt und ist relativ einfach zu farmen. Worauf ihr auch immer achten müsst, sind die Eigenschaften. Deswegen, wenn ihr irgendwelche Items habt und ihr findet sie gut, dann schaut auch auf jeden Fall immer in die Eigenschaften. Ihr seht hier bei dem Stab, den ich habe, Chance auf starker Angriff und vor allen Dingen Mana-Regeneration. Und dieser Build, den ich hier spiele, der ist unfassbar Mana-hungrig. Und der Stab wäre dann am Ende wahrscheinlich, also den Stab würde ich am Ende so spielen, mit Abkling-Tempo. Dann kriegt ihr nochmal 6% Abkling-Tempo. Ihr kriegt nochmal 60 Mana-Regeneration und Chance auf starken Angriff. Also das ist für mich aktuell der am einfachsten zu handende Stab und der beste Stab. Natürlich können wir auch den Talo-Stab oder auch den Boss-Stab, den ich euch gerade gezeigt habe, spielen. Aber der ist wirklich relativ easy zu farmen. Wie gesagt, 5% Chance, 1 zu 20. Das kann man hinbekommen. Ähnlich ist es hier beim Folianten. Das ist auch nicht der allerbeste, aber gibt euch 7 Weisheit. Warnung und Crit-Chance ist jetzt nicht so interessant. Aber der ist auch wieder relativ einfach zu handen. Erstmal können wir uns hier nochmal die Eigenschaften anschauen, die auf dem Stab relativ gut sind. Wieder Chance auf starken Angriff und dann sowas wie Buff-Dauer oder Treffer-Chance. Aber ihr seht schon, das ist hier nicht so relevant. Aber was für mich relevant ist, der ist relativ einfach zu handen. Den gibt es nämlich auch wieder im Koop-Dungeon und wieder auch in einem einfachen Koop-Dungeon. Höhle der Zerstörung und auch wieder mit einer 5% Chance. Und den habe ich schon 2, 3, 4 Mal erhalten. Und den kann man hier auch relativ gut handen. Und so zieht sich das eigentlich durch mein ganzes Bild, weil auch hier der Mantel edler Andacht spiele ich. Abklingtempo und Mana Regeneration. Und von Insel der Tyrann spiele ich einiges. Ich spiele hier einmal das Armband, Mana Regeneration, Geschicklichkeit und coole Eigenschaften. Ich spiele hier diese Schuhe mit coolen Eigenschaften. Kann ich gleich nochmal zeigen. Und so könnt ihr dann relativ easy Sachen handen. Wenn ihr dann also Insel der Tyrann spielt, habt ihr gleich 3 Drops, die ihr gut benutzen könnt. Einmal das Armband, einmal die Schuhe und auch den Stab. Und bei Insel, äh, bei der Zerstörung gibt es einmal Andacht und einmal den Zauberstab. Also habt ihr mit 2 Dungeons 5 Items schon von dem ganzen Bild. Kopf und Handschuhe sind relativ einfach zu farmen. Und dann bleiben nur noch die beiden Ringe. Es bleibt noch der Gürtel, die Halskette und euer Brustschutz. Brustschutz seht ihr hier gerade auch. Hab ich auch leider nur heroische Gewänder. Die habe ich mal aus einer wöchentlichen Mission bekommen. Die haben Mana Regeneration, deswegen spiele ich die. Aber da habe ich noch nichts besseres bekommen. Was auch ganz wichtig ist, ist, dass ihr jede Woche die Abgrundverträge macht. Da kriegt ihr jede Woche 24 Stück von. Das heißt, alle 2 Wochen Minimum könnt ihr hier so eine Auswahl-Tour euch nehmen und euch nochmal eins der Items, die ihr braucht, auswählen. Wie zum Beispiel dann den, äh, das Alabasterband oder auch den Schnall des Eroberers, um nochmal den Bild ein bisschen aufzupappen. Da könnt ihr dann hier einfach schauen, was ihr nehmt und dasselbe gilt natürlich auch für die wöchentlichen Herausforderungen. Also da habe ich so meine ganzen Sachen her. Und dann einfach schauen, was, äh, am besten passt und was ihr so bekommt, ne. Wie gesagt, ich habe überall, wo es nur geht, Mana Regeneration drin. Hier habe ich Mana Regeneration drin. Hier habe ich Mana Regeneration drin. Hier habe ich Mana Regeneration drin. In den Ring habe ich Mana Regeneration drin. Also überall, wo es irgendwie geht, Mana Regeneration, Abklingzeit und Attack Speed. Und den Rest, den vernachlässige ich tatsächlich so ein bisschen, weil das für den Bild auch nicht so wichtig ist, weil ihr hier Schaden über Zeit macht mit Brand und mit den Flüchen und euch dann selber, äh, wieder hoch halt. Deswegen schaut da einfach auf die Mana Regeneration, auf das Angriffstempo und dann seid ihr mit dem Bild eigentlich good to go. Ich hoffe, das hat jetzt alle offenen Fragen beantwortet. Wenn noch weitere Fragen sind, dann kommt gerne in den Discord, kommt gerne mal in den Stream und ich versuche euch, soweit es mir möglich ist, zu helfen. Wenn ihr nichts zu Thrones der Liberty verpassen wollt, da wird ja bald einiges passieren. Dann gerne ein Follow da lassen, gerne Like auf dem Video und bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.